Fotos und Inhalte auf gleicher Höhe oder mit dem gleichen Abstand zueinander anzuordnen ist eigentlich ganz einfach. Mit diesen Werkzeugen ist Ausrichten kein Problem. Ob Fotos, Texte oder Cliparts, alles lässt sich schnell und einfach ausrichten. Ob genau auf einer Höhe, direkt untereinander oder alles mit dem gleichen Abstand zueinander. Wie gehst du vor? Füge zunächst deine Fotos auf einer Seite ein. Klicke auf ein neues Foto und lege dann die Größe des Platzhalters fest. Sollen die anderen Fotos in der gleichen Größe angeordnet werden, klickst du immer wieder auf neues Foto. Verteile jetzt die leeren, neu auf der Seite eingefügten Platzhalter und ziehe deine Fotos direkt hinein. Zum Ausrichten aller Fotos gruppieren wir diese vorher. Klicke neben den Fotos auf den Hintergrund und ziehe einen großen Rahmen mit gehaltener linker Maustaste um alle Fotos. Öffne in den Anordnungswerkzeugen oben über die drei Punkte das Menü. Richte nun nach deinen Wünschen aus. Hier oben Objekte bündig ausrichten und gleich daneben vertikal Objekte gleichmäßig verteilen. Abschließend wird die genaue Position auf der Seite festgelegt. Zum Ausrichten kann aber auch eine Funktion verwendet werden, nämlich die magnetischen Hilfslinien. Sie eignen sich bestens dafür, Objekte auf gleicher Höhe oder direkt untereinander anzuordnen. Wie geht das genau? Füge zuerst deine Fotos ein und aktiviere jetzt die magnetischen Hilfslinien oben. Beim Verschieben werden jetzt vertikal oder horizontal Hilfslinien angezeigt, die dir das Ausrichten erleichtern. Übrigens kann man damit auch ganz schnell Fotos gleich groß auf einer Seite erstellen. Erst Vorlagengröße feststellen und jetzt kannst du mit den Hilfslinien alle anderen Fotos anpassen. Das spart echt Zeit. Probier es selbst einmal aus. Sei ehrlich, das hast du dir doch bestimmt viel schwerer vorgestellt. Probier es selbst einmal aus. Viele weitere praktische Tipps findest du in den anderen Filmen. Viel Spaß beim Anschauen. Bis zum nächsten Mal.